Die Wahrheit des Pfades zur Beendigung des Leids Wenn wir annehmen, dass Befreiung erreichbar ist, stellt sich als nächstes die Frage, wie sich dieses Ziel erreichen lässt. Diese Frage führt uns zur vierten edlen Wahrheit, die sich mit der Wahrheit des Pfades beschäftigt. Nach den Erklärungen der Marja-Mika-Schulen ist unter dem wahren Pfad das Entwickeln einer direkten, intuitiven Erkenntnis der Leerheit zu verstehen. Die direkte Erkenntnis der Leerheit führt direkt zum Erlangen der Beendigung. Um eine solche Erkenntnis zu erlangen, braucht man jedoch die Grundlage der einst gerichteten Meditation, da es diese Art der Meditation ist, die zu einem Wissen über die Leerheit führt, welches auf Erfahrung beruht. Der Punkt, an dem eine Person dieses Wissen durch Erfahrung erlangt, wird als der Anfang des Pfades der Vorbereitung bezeichnet. Und der Punkt, an dem sie eine direkte, intuitive Erkenntnis der Leerheit erlangt, wird als Pfad des Sehens bezeichnet. Das zuvor erwähnte, auf Erfahrung beruhende Wissen über die Leerheit muss sich wiederum auf ein intellektuelles, durch Schlussfolgerungen entwickeltes Verständnis der Leerheit gründen. Tatsächlich ist es nicht möglich, ohne ein solches intellektuelles Verständnis eine Erfahrung der Leerheit in der Meditation zu machen. Diese anfängliche Stufe, auf der man ein intellektuelles Verständnis der Leerheit entwickelt, gehört zum sogenannten Pfad der Ansammlung. An der Schwelle zu diesem Pfad entwickelt der Übende ein ehrliches Streben, den aufrichtigen Wunsch, Befreiung zu erlangen. Und dieser Punkt wird als der eigentliche Anfang des buddhistischen Weges betrachtet. Die zweite edle Wahrheit zeigt uns eine Lebensweise auf, die zum Leiden führt. Die dritte edle Wahrheit erinnert uns daran, dass Wohlbefinden und Glück möglich sind. Es gibt eine ethische Lebensweise, die uns aus dem Leiden herausführt. Nur wenn wir ein ethisches Leben führen, können wir Glück und Wohlbefinden erfahren. Dieser Weg ist der edle achtfache Pfad, die vierte edle Wahrheit. Dieser Pfad führt zum Glück, und er ist auch ein ethischer Pfad. Man kann beides nicht voneinander trennen. Weil alles einander bedingt und miteinander verwoben ist, kann es kein wahres Wohlbefinden geben, wenn dies nicht auch das Wohlergehen anderer mitbedenkt. Der achtfache Pfad umfasst acht Richtlinien, wie wir in der Welt leben können. Der achtfache Pfad leitet uns an, so wahrzunehmen, zu denken und zu handeln, dass es uns Glück bringt und mehr Glück in der Welt schafft. Zwischen beidem gibt es keinen Unterschied. Die acht Aspekte des achtfachen Pfades sind rechte Anschauung, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Wie können wir überhaupt wissen, was Recht ist? Was ist in diesem Zusammenhang mit Recht gemeint? Jeder will auf rechte Weise denken, doch was bedeutet das? Wir brauchen achtsames Atmen, achtsames Sitzen, achtsames Reflektieren, damit rechtes Denken und rechte Rede möglich sind. Es muss aber wirklich rechtes Denken sein, denn unter Umständen glauben wir nur, wir würden auf rechte Weise denken, während wir tatsächlich falsch denken. Die Entscheidung, eine Atombombe abzuwerfen, wurde während des Zweiten Weltkriegs als Ausdruck eines richtigen Denkens betrachtet. Doch war sie das? Wie sollten wir denken, damit unser Denken als ein richtiges oder rechtes bezeichnet werden kann? Was ist rechte Rede? Mit Recht meint der Buddha moralisch und ethisch. Moral und Ethik können einen Verhaltenskodex einschließen, den wir gern akzeptieren und dem wir folgen wollen. Es gibt fünf Kriterien, die uns zu beurteilen helfen, ob etwas richtig oder falsch ist. Das erste Kriterium für richtig und falsch ist, ob etwas Leid oder Glück hervorbringt. Was immer zu Leiden führt, ist falsch. Was immer zu Glück führt, ist richtig. Das ist ein Kriterium, Dukka und Sukka. Doch um es zu verwenden, müssen wir uns daran erinnern, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leiden und Schmerz. Schmerz mag unvermeidbar sein, doch das bedeutet nicht, dass wir leiden müssen. Eine Trennung kann sehr schmerzvoll sein, doch wenn sie von einem starken Ideal, einer inneren Berufung oder einer tiefen Sehnsucht getragen werden, kann Trennung für sie etwas Akzeptables sein, weil sie nur so ihre Sehnsucht verwirklichen können. Als Siddhartha sein Zuhause hinter sich ließ, verließ er damit auch seine Frau, sein Kind, seine Familie. Er ließ alles hinter sich, um das harte Leben eines Asketen führen zu können. Vielleicht sind auch sie imstande, ihre Familie zu verlassen, sowie die Annehmlichkeiten ihres täglichen Lebens, weil sie etwas Wichtiges verwirklichen wollen. Und so sind sie imstande, unter schwierigen Bedingungen zu leben. Das wird den Schmerz der Trennung lindern. Sie erleben zwar eine Trennung, leiden aber nicht. Mit dem Leiden ist es gar nicht so einfach. Manchmal ist Schmerz nur Schmerz, und wenn sie ihn annehmen können, leiden sie nicht. Es muss also einen Unterschied geben zwischen einem Schmerz oder fehlenden Annehmlichkeiten auf der einen Seite und Leiden auf der anderen. Auch mit dem Glück ist es nicht so einfach. Es gibt einen Unterschied zwischen Glück und Vergnügen. Für viele von uns gelten Vergnügen und Wohlgefühl als Glück. Einige spritzen sich Heroin, um ein Wohlgefühl zu erleben, andere fühlen sich erst glücklich, wenn sie viel Alkohol trinken. Doch ist das wahres Glück? Wohlgefühl kann sich also von Glück unterscheiden. Es gibt viele Arten von Vergnügungen, die auf den ersten Blick wie Glück aussehen. Darum müssen wir an diesem Punkt sehr genau und tief schauen. Genuss und Vergnügen unterscheiden sich von Glück. Sie sind nicht dasselbe. Möglicherweise wandern sie gern in die Berge und unternehmen hin und wieder eine Tagestour. Sie klettern und klettern. Es wird ihnen heiß, und sie ziehen sich kratzwunden zu. So gesehen scheinen sie während der Wanderung zu leiden. Es gibt natürlich auch Menschen, die lieber zu Hause bleiben und fernsehen, statt die Strapazen einer Bergwanderung auf sich zu nehmen. Doch es mag sein, dass sie gerade jene Menschen bedauern, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und sich ein Programm nach dem anderen ansehen, während sie in den Bergen sind und das genießen. Wer ist also glücklich? Der Wanderer oder der Fernsehzuschauer? Es hängt von der Sichtweise ab. Und daher ist es sehr schwierig, das Kriterium von Glück oder Leiden zu verwenden, um zu bestimmen, was richtig oder falsch ist. Dieses Kriterium reicht also nicht aus. Kriterium auch ist, aber das Kriterium verzweig. März vas